Herr Heiland, Folge 6, Herr Heiland und der Tote im Kuhstall, von Johann Simons. Es liest Reinhard Kunert. Am Anfang war das Blut. Daher sei der Herr immer mit euch, wünschte Klaas Heiland. Die Worte kamen von Herzen. Dennoch ließ der Pastor, kaum dass sie verklungen waren, seine weit ausgebreiteten Arme wieder sinken. Bitte, nehmen Sie noch einmal kurz Platz. Seine versammelte Gemeinde tat es. Die heilige Messe war nicht sonderlich gut besucht. Nur ein paar Dutzend Gläubige hatten sich an diesem Freitagabend im Sonntaler Gotteshaus versammelt, dessen weißer Kirchturm aus dem verschlafenen kleinen Ort herausragte wie ein Leuchtfeuer. Heiland kannte seine Gemeindeschäfchen als ausgesprochen engagiert und fromm, verstand aber, warum ein Teil der sonstigen Stammgäste diesen Werktagtermin ausnahmsweise übersprang. Die Sonntaler sparten sich ihren nächsten Kirchgang schlicht für das bevorstehende Fest auf, damit dieses noch feierlicher wurde als ohnehin. Auch Heiland wollte nun von diesem Fest sprechen. Wie Sie vermutlich alle wissen, begann er und sah von der Kanzel aus über die Sitzreihen, begehen wir übermorgen unser alljährliches Pfarrfest oder unsere Kirchweih, wie Sie es wohl nennen würden. Leises, zustimmendes Gelächter drang an seine Ohren. Der Geburtstag des Gotteshauses zählt zu den höchsten Feiertagen einer jeden Gemeinde, fuhr er fort. Und auch diesmal werden wir ihm einen würdigen und besinnlichen Rahmen geben. Wie Sie vermutlich ebenfalls wissen, ist der kommende Sonntag für mich das erste Pfarrfest hier in Ihrer Mitte. Ich bin nun schon einige Monate lang Ihr neuer Seelsorger. Wenn Sie gestatten, würde ich diese Gelegenheit gerne nutzen, um Ihnen zu erklären, was das Konzept Pfarrfest für mich bedeutet. Schauen Sie, die heilige katholische Kirche steht seit jeher für... Eine Bewegung im Augenwinkel ließ ihn verstummen, just als er sich warm geredet hatte. Fragen drehte Heiland den Kopf und sah, dass ein Mann in Reihe 7 des Mittelschiffs allen Ernstes aufzeigte wie in der Schule. »Steht seit jeher für...«, wiederholte Heiland perplex. »Aufzeigen in der Kirche?« Während der Priester sprach, das brachte ihn vollkommen aus dem Konzept. »Äh, für...« Der Mann schnippte mit den erhobenen Fingern, dazu nickte er. Er wirkte nicht ungeduldig, eher übereifrig. Heiland gab auf. »Ja, Herr Winkelhuber«, wandte er sich an den Störenden. »Gibt es ein Problem?« Severin Winkelhuber stand auf. Der schmächtige Blondschopf mit dem Vollbart und der dicken Brille arbeitete als Bahnhofsvorsteher in Sonntal, obwohl das vielleicht eine etwas zu großspurige Berufsbezeichnung für eine Station mitten im ländlichen Nirgendwo war, die gerade einmal zwei Bahnsteige besaß und deren Fahrplan nicht mehr als einen Zughalt pro Stunde vorsah. In dieser Aufgabe ging Winkelhuber allerdings voll auf, passte sie doch zu seiner peniblen Natur. Am Sonntaler Bahnhof wuchs vermutlich kein Grashalm ohne die ausdrückliche Genehmigung des passionierten Beamten. Auch an diesem Abend trug er seine geliebte Dienstkleidung. »Verzeihen Sie die Unterbrechung, Herr Pfarrer«, sagte er freundlich, »aber wissen Sie zufällig, ob Bauer Bill den Kasi für Sonntag freigeben wird? Wie ich hörte, gibt es da Zweifel?« Heiland runzelte die Stirn. »Kasi, ich fürchte, ich verstehe nicht, was Sie meinen, mein Lieber. Was soll Herr Billen tun?« »Und ob es da Zweifel gibt«, erklang eine zweite, merklich schroffere Stimme. Sie gehörte Erich Bender, dem Betreiber des kleinen Kinos in Sonntal. Auch er erhob sich nun von seinem Platz am linken Rand des Innenraums. Er schüttelte die geballte Faust in Winkelhubers Richtung. »Jakob soll den Kasi gefälligst im Stall lassen, das habe ich ihm auch schon selbst gesagt. Dieses Prachttier wäre auf unserem Dorfplatz absolut verschwendet, klar. Das gehört in die Zucht, nicht übers Feuer.« »Bitte«, Heiland sah von einem zum anderen, »meine Herren, nur die Ruhe, nehmen Sie doch einfach wieder Platz, und wir besprechen dies in aller Ausführlichkeit. »Vielleicht können wir ja damit anfangen, dass Sie mir erklären, worüber wir überhaupt sprechen. Wer in aller Welt ist dieser Kase?« Eine dritte Person erhob sich. Es handelte sich um Magdalena Schönbach, die Leiterin des Frauenvereins Amalie e.V. »Na, selbstverständlich«, gehörte er übers Feuer, widersprach sie dem Kinobetreiber laut und verschränkte die Arme vor der Brust. Ihr langer Mantel war schwarz wie die Nacht. »Es ist Kirchweih, Sie Traumtänzer. Glauben Sie etwa, das feiern wir ohne einen festlichen Braten?« »Ich glaube nur, dass es nicht gleich Jakobs bester Ochse sein muss,« rechtfertigte Bender sich prompt. Zwischen Schönbach und ihm klaffte schon länger ein stattlicher Graben, und auch heute pflegten die beiden Streithähne ihn mit Gusto. »Denk doch mal nach, Mensch, Jakob muss doch aussehen, wo er bleibt.« »Machen Sie sich um ein Billen mal keine Sorgen, Bender,« blaffte Schönbach zurück. »Der Blick, den sie ihm dabei schenkte, war vermutlich waffenscheinpflichtig. Der weiß genau, worum es geht, anders als Sie, ganz offensichtlich.« Heiland breitete die Arme aus. Er wollte die Wogen schnellstens wieder glätten, wusste aber nach wie vor nicht, warum das Meer überhaupt so unruhig geworden war. Verstand er das richtig? Jemand wollte einen Ochsen aus dem Stall des Sonntaler Bauern grillen, auf dem Pfarrfest? »Jetzt lasst den Herrn Schmitzbauer ausreden,« klang eine dritte Stimme. Sie war dunkler als die anderen, rau wie das Innere eines alten Ofenrohres, und sie kam von oben. Heiland hob den Blick. Küster Hufnagel stand an der Umfassung der Empore dicht neben der Kirchenorgel. Der kleine Glatzkopf trug auch an diesem Abend einen fleckigen Blaumann, aus dessen vielen Taschen mehrere Werkzeuge ragten. »Der kommt noch zu dem Thema,« versprach Hufnagel. »Ganz sicher.« Dann sah er zur Kanzel und nickte freundlich. Heiland öffnete den Mund und wusste mit einem Mal nichts zu sagen. »Äh, verzeihen Sie aber, verstehe ich das richtig? Sie wollen einen Ochsen?« »In Ordnung,« erklang es plötzlich aus einer weiteren Ecke des Kirchenschiffs. Diese Stimme erkannte Heiland sofort. Schließlich nutzte ihr Besitzer jede sich bietende Gelegenheit und ein paar mehr, um sie zu Gehör zu bringen. »Ich übernehme an dieser Stelle mal. Das kürzt das elende Schauspiel hoffentlich ab.« Moritz Mindenfeld klang streng. Streng war auch der Blick, mit dem der Sonntaler Bürgermeister seine Mitmenschen strafte, als er sich seufzend von seinem Platz erhob. Mindenfeld trug Anzug und Krawatte. Sein schwarz gefärbtes Haar saß tadellos. Die Sonnenbankbräune auf seinen Wangen war selbst im spärlichen Licht des Kircheninneren gut zu erkennen. »Die Schlachtung des Ochsen«, fuhr er fort, geübt als erfahrener Redner, »gehört seit jeher zu den Grundpfeilern unserer geliebten Kirchweih. Daran hat sich nie etwas geändert. Und, meine Damen und Herren, daran wird sich auch in diesem Jahr selbstverständlich nichts ändern. Andere Orte mögen andere Traditionen pflegen. Wir in Sonntal haben uns aber noch nie um die Meinungen anderer Orte geschert. Sie kennen ja meine Devise. Wir sind wir. Und die anderen sind die anderen,« stimmte die Gemeinde ein. Mindenfeld nickte zufrieden. »Ganz genau. Es ist unser Fest, und es ist unser Ochse.« »Dann findet das Ochsenfeuer also auch in diesem Jahr statt?« fragte Severin Winkelhuber. Er schien überrascht, zu welchem Chaos seine simple Zwischenfrage geführt hatte. »Trotz aller gegenteiligen Gerüchte?« »Hören Sie nicht auf Gerüchte, Severin«, sagte Mindenfeld und schenkt ihm sein gefürchtetes Zahnpasta-Lächeln. »Hören Sie auf Ihren Ortsvorstand.« »Ich habe persönlich mit Jakob Billen gesprochen, erst vor wenigen Stunden. »Kasimir ist bereit für den großen Tag, und das war auch nie anders geplant.« Von Jakob nicht und vom Rathaus auch nicht.